Herzlich willkommen zum Livestream KI und Entrepreneurship. Ist immer so ein schwieriges Wort, Entrepreneurship, aber ich finde es ganz toll, es geht gut von der Zunge. Diese Veranstaltung wurde präsentiert vom KI Campus, der Lernplattform für Künstliche Intelligenz. Und für die, die es nicht wissen, KI Campus ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Pilotprojekt, das zur Aufgabe hat, die Gesellschaft, also uns alle, KI-kompetent zu machen. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn jemand KI sagt, dann denken viele, die Welt geht bald unter. Also es hat immer noch sehr viel geheimnisvolles KI. Der Weg dahin ist, wie gesagt, diese Lernplattform, die ist offen und falls ihr davon noch nichts gehört habt, ich duze einfach mal. Es gibt auch eine Adresse, die lautet KI-Campus.org. Also am besten nach unserem Stream einfach mal reingucken. Da gibt es sehr viele sehr interessante Dinge zum Ausprobieren. Zum Beispiel Online-Kurs. Es gibt Videos und Podcasts und das ist alles kostenlos und für alle frei zugänglich. Und dieser KI Campus, der arbeitet mit ungefähr 60 Hochschulen zusammen und Forschungsinstitutionen und Unternehmen. Und da gibt es verschiedene Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel Schule natürlich, Medizin, Industrie 4.0 und natürlich auch Entrepreneurship. Das ist ganz toll. Das heißt, da gibt es eine große Bandbreite. Da könnt ihr euch jederzeit informieren. Es ist wirklich höchst interessant. Heute sprechen wir hier darüber, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und was sie für Unternehmen betrifft. Und wie die Unternehmen ausbilden und weiterbilden können und auch diese Bedarfe, die es da gibt, irgendwie befriedigen können. Anlass unserer Diskussion ist die Veröffentlichung der Themenseite KI und Entrepreneurship auf dem KI Campus, unter der, und ich glaube, ich wiederhole nicht, viele kostenlose Kurse euch anschauen könnt. Also wirklich das Machen ist sehr gut. Ich bin nicht allein hier. Ich habe die geballte KI-Kompetenz Deutschlands hier und Belgiens und ganz Europas eigentlich. Neben mir sitzt Vanessa Ken. Sie leitet den KI-Bundesverband. Das ist das größte KI-Unternehmensnetzwerk Deutschlands. Also im Grunde seid ihr KI-Lobby. Kann man das so sagen? Kann ich das als Zitat haben? Ja, absolut. Wir machen Interessensvertretung für KI-Unternehmen. Also Fokus auf Unternehmen. Das heißt, alle großen, kleinen Firmen, die irgendwas mit KI machen. Vor allem Startups. Also Unternehmen, die sich zumindest 70 Prozent ihrer Aktivität im Feld der künstlichen Intelligenz bewegen. Und gilt das dann für die Startups, die KI nutzen oder die KI entwickeln? Für diejenigen, die KI entwickeln. Also diejenigen, die wirklich die Innovation haben. Junge Technologieunternehmen. Okay. Sehr gut. Neben dir sitzt Barte Witte. Er ist Experte für digitale Transformation im Gesundheitswesen und Gründer und CEO der Hippo AI Foundation. Und das war ganz lustig im Vorgespräch. Ich habe mir mal gedacht, was hat Hippo mit KI zu tun? Bis Barte mir dann erklärt hat, warum es Hippo heißt. Vielleicht magst du es auch kurz erklären. Es ist ja genannt nach Hippokratis. Und Hippokratis hat ja den Grundstein der modernen Medizin gelegt, also den ethischen Grundstein. Und in dieser IT, die mehr als 2000 Jahre alt ist, ist dann, dass Ärzte das Wissen gratis ohne ökonomische Interessen teilen sollen. Und dieses Prinzip versuche ich jetzt weiterzuführen. Also im Grunde Open Source. Genau. Übersetzt dann, weil es ein Quellcode, das Wissen wird dann in Code übersetzt. Und dieser Code soll offen sein. Ganz konkret machst du das oder macht ihr das mit Brustkrebsdaten beispielsweise, oder? Da haben wir angefangen. Da haben wir angefangen. Ja, da sind wir, weil es ein sehr großer Case ist, die sichtbar wird und dann auch zu einem besseren Verständnis führt, warum wir das überhaupt tun müssen. Und weil es auch zu 60 Prozent der Weltbevölkerung keinen Zugang hat zu Diagnosen, die Leben retten. Und wenn wir diese KI dann gratis für Entrepreneurs zur Verfügung stellen in Afrika, dann können die Entrepreneurs diese KI nützen, um daraus dann Lösungen zu bauen, die dann auch Leben retten in diesen Ländern, ohne dass die Unternehmen nur in diese afrikanischen oder anderen Ländern oder auch hier sich an eine große Plattform anschließen müssen. Also das Thema Souveränität ist da auch wichtig. Ja, super interessant. Neben Bart sitzt Anne Schlinkert. Du bist Co-Founder und COO der Catalu GmbH. Und Catalu, habe ich gelesen, macht KI anwendbar für eine unabhängige Industrie. Also das, was auch Bart irgendwie gesagt hat. Was genau ist Catalu eigentlich? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist das Gegenteil der Datenkrake. Weiter sind wir gar nicht gekommen. Weiter sind wir gar nicht gekommen, genau. Also tatsächlich sind wir auch ein Start-up, was im Bundesverband organisiert ist und was KI entwickelt. Und zwar entwickeln wir KI für Unternehmen, die zusammenarbeiten möchten und tatsächlich auch müssen. Denn eigentlich fast immer haben wir den Anwendungsfall, dass Unternehmen ihr Wissen teilen müssen, damit KI wirklich sinnvoll wird. Hier haben wir gerade zum Beispiel einen Fall mit Brustred gehabt. Da kommen unterschiedliche Parteien zusammen, die Wissen teilen möchten. Wir haben festgestellt, dass Unternehmen leider sehr selten dazu bereit sind, ihre Daten wirklich offen zu teilen. Weshalb wir das Ganze umgedreht haben und sagen, Daten-Souveränität muss da sein, damit Unternehmen bereit sind, zusammenzuarbeiten. Die stellen wir im Daten-Ökosystem sicher. Und so können Unternehmen ihr Wissen teilen, nicht aber die Rohdaten. Und KI gemeinschaftlich nutzen und dabei tatsächlich Daten-Souveränität, aber auch ihre eigene Souveränität nutzen. Denn wir haben ja auch große und kleine Unternehmen und die Großen sollen ja auch die Kleinen fressen, sozusagen. Ja, wäre schön, wenn wir es nicht immer machen würden. Auch sehr spannend. Neben dir sitzt Alexander Brehm. Du bist seit Januar 2020 an der Universität Stuttgart Direktor des Instituts für Entrepreneurship und Innovationsforschung und Professor für Entrepreneurship in Technologie und Digitalisierung. Habe ich das so richtig vorgelesen? Ja, richtig vorgelesen. Da ist viel sogar noch was. Da ist nämlich vom Daimler vom Stifterverband gefördert. Das wollte ich auch noch sagen, ja. Auf was fokussiert sich das Institut? Ja, also die Universität Stuttgart ist eine technische Universität, auch eine sehr große Universität. Und der Lehrstuhl wurde neu geschaffen, um das ganze Thema Unternehmertum im Entrepreneurship auch noch bezeichnen könnte, in die Breite der Universität dann auch zu bringen. Das heißt, wir betreuen tatsächlich auch Studierende oder Doktorandinnen, Doktoranden, Professoren, die Gründungsideen haben, ganz konkret auch in welche Richtung wir es weiterentwickeln können. Also was ganz praktisch orientiert ist eigentlich. Tatsächlich ganz praktisch. In der Forschung schauen wir uns natürlich die andere Seite an. Welche Erfolgsfaktoren gibt es da? Wie kann man da Dinge besser machen? Aber wir machen tatsächlich auch das Doing und das macht auch sehr viel Spaß, weil ich da auch sehr viel lerne dabei. Cool. Und dann haben wir noch Aljoscha Burkhardt. Burkhardt oder Burkhardt? Burkhardt. Entschuldige bitte. Aljoscha ist vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Aljoscha betreut den Chat. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, die kommen bei Aljoscha an und du wirst dich dann im Laufe des Streams melden und die Fragen weitergeben. Du hast aber schon eine erste Anmerkung bekommen. Auf deine Anmoderation hin hat jemand gesagt, was KI ist, da müssen wir doch gleich das große Fass aufgemacht. Das hat doch bisher noch keiner herausgefunden, was es ist. Das ist wie bei Intelligenz. Jeder weiß, was es ist, aber keiner kann es definieren. Oder jeder fühlt zu wissen, was es ist. Ich meine, das ist ganz toll. Das ist so eine Art, eigentlich haben wir so den Stream fürs Buzzword Bingo heute hier. KI und Entrepreneurship. Ich bin sehr gespannt, welche Buzzwords heute alle kommen. Aber lass uns doch einfach mal direkt anfangen. Was ist KI? Also, ich habe gerade eben schon mal gesagt, für viele Menschen ist KI immer noch so etwas, oder weiß ich immer noch, nur so etwas, was es in Science-Fiction-Filmen gibt. Was irgendwie für den Untergang der Menschheit verantwortlich sein wird. Aber es ist ja noch so viel mehr. Wer möchte anfangen? Wer traut sich? Wir haben sehr aufmerksame ZuschauerInnen. Alexander, ich meine, wenn du von der Uni kommst. Ja, ist naheliegend. Also, es gibt natürlich verschiedene Definitionen zur künstlichen Intelligenz und wahrscheinlich haben wir auch alle ein anderes Verständnis davon. Typischerweise würde man sagen, es sind autonome Systeme, die sozusagen ohne menschliches Zutun aktiv werden können und Systeme, die auch anpassungsfähig sind. Das heißt, über die Zeit auch selbstständig Dinge erarbeiten können. Und insofern ein abstrakter Begriff. Total abstrakt. Kannst du das? Kann das irgendeiner von euch ein bisschen konkreter machen? Also, ich meine... Also, Ende des Tages ist es die menschliche Intelligenz durch künstliche Intelligenz ersetzen. Ich glaube, das wäre so das Endthema, wovor viele natürlich auch Angst haben. Aber ich glaube, momentan ist es sehr stark einfach datengetrieben, dass man sagt, wie kann man aus den Unmengen an Daten, die wir in der Welt haben, mehr draus machen. So, glaube ich, kann man es vielleicht dann auf den Boden bringen. Es wird trotzdem nicht geheimnisloser, muss ich sagen. Es ist immer noch sehr nebulös. Ist es ein Merkmal von KI, dass keiner so genau weiß, was es eigentlich ist? Anne? Ich glaube schon, dass viele Menschen unterschiedliche Dinge damit verbinden. Also, je nachdem auch, was der jeweilige Aufgabenbereich ist. Also, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit maschinellem Lernen, was ein Unterbereich von KI ist. Und da vor allem im Moment mit Supervised Learning. Was heißt das genau? Das bedeutet letztendlich, also erstmal um den Bereich maschinelles Lernen etwas einzugrenzen, wir arbeiten mit Beispieldaten aus der Industrie. Und wir schreiben Algorithmen, die dann die Zusammenhänge aus diesen Datenbeispielsätzen verstehen und anwenden können. Also, wir möchten dann Vorhersagen für die Zukunft beispielsweise leisten. Wenn wir sagen, dass wir mit Supervised Data, also dass wir Supervised arbeiten, wir arbeiten meistens mit Daten, die gelabelt sind. Also, die KI muss verstehen, was genau sich hinter einem Datensatz befindet, sozusagen. Also, da gibt es einige recht populäre Beispiele, was zum Beispiel Image-Specognition angeht. Die KI sieht ja nicht wie zum Beispiel ein Kind, was lernt, wie eine Katze aussieht, dass so eine Katze aussieht, sondern sie sieht Pixel rein. Also, wir Menschen lernen durch Konzepte eigentlich. Wir haben Kategorien im Kopf, das sind Konzepte, Tier mit vier Beinen, spitzen Ohren und Schnurrbarthahn könnte eine Katze sein. Und so können wir jede andere Katze erkennen, aber genau das kann KI eigentlich nicht. Genau, das kann KI eigentlich nicht und das bringen wir KI bei, aber auch tatsächlich mit der Hilfe des Menschen. Also, bei uns in unserem Universum ist es so, dass KI eine Hilfestellung leistet, nämlich gerade besonders komplexe Zusammenhänge verständlicher zu machen und nicht 50 unterschiedliche Parameter erfassen zu müssen, sondern eine Entscheidungshilfe zu bekommen, die zu dem passt, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Könnte man so sagen, dass KI im simpelsten Fall eine Art supergute Mustererkennung ist, die trainiert worden ist durch ganz viele Beispiele, sodass es so unübersichtlich viel ist, dass ein Mensch das niemals überblicken könnte, aber der Computer, weil er eben diese Rechenleistung hat, kann da aus diesen vielen, vielen Daten ein Muster ableiten, die wir Menschen dann wieder für Entscheidungen benutzen können. Oder ist es zu komplex gewesen schon jetzt? Ich kann es gar nicht mehr. Ich fand das tatsächlich sehr, also du hast es sehr schön runtergebrochen und anfassbar gemacht. Ja, damit kann ich mich identifizieren. Bar, du hast auch viel mit Mustererkennung zu tun. Ja, ich könnte das noch konkrete Versuche zu machen. Wir haben ja mit der Medizin bestimmte Disziplinen, die helfen, Diagnose zu stellen. Die Diagnose ist ein komplexer Prozess von einzelnen Schritten und ein von diesen Schritten ist zum Beispiel Bilderkennung. Da sind wir wieder bei der klassischen Bilderkennung. Und wenn ein Pathologe oder ein Radiologe Bilder anschaut, dann guckt er nach Muster. Und das ist nicht so, wenn man Radiologie studiert aus den Büchern, dass man sofort zu Radiologe wird. Also das heißt, die erfahrenen Radiologe sind ja besser als die weniger erfahrenen, weil diese Mustererkennung sind ja auch so quasi Algorithmen, die wir uns selber antrainieren. Und wir werden besser dadurch. Das ist ja nicht nur etwas Menschliches, weil ich habe früher eine Studie immer nach vorne geworfen, wo man Tauben gelernt hat, Muster zu erkennen aus histopathologischer Bilder. Und die Tauben waren besser als die Pathologe bei bestimmten Wäldern, um Brustkrebs zu erkennen. Und das lag daran, weil Tauben eine viel weitere Perspektive haben in Lichtperspektive. Die sehen zu 40.000 Hertz oder was auch immer. Ich kenne dieses Spektrum nicht mehr. Aber weil die viel mehr in die Tiefe und Breite schauen vom Licht, konnten die mehr Muster sehen. Und das sagt dann auch etwas aus über die Maschinen, weil die Maschinen haben nicht nur Augen wie wir. Die Maschinen können viele andere Dimensionen an Informationen anfangen zu sammeln, die wir nicht haben. Und dann noch viele große, größere Muster erkennen, die wir nicht mehr in der Lage sind. Und das ist das Spannende daran, vor allem in der Medizin, dass wenn wir dann weggehen von dieser Bilderkennung, zum Beispiel in die Präzisionsmedizin, wo wir dann mit Genomdaten arbeiten, wo ich Sequenzen habe aus vier Buchstaben in einer unendlichen Länge, dass wir wahrscheinlich durch dieses maschinelles Lernen, diese Sprache der Natur anfangen können zu verstehen. Also das ist etwas, was das menschliche Gehirn niemals verarbeiten kann. Da muss man aber auch zusagen, dass die Computer, egal wie sehr die trainiert werden durch maschinelles Lernen oder was auch immer, ich glaube, das Problem, was viele auch das so undurchschaubar und nicht greifbar machen lässt, ist, man weiß nicht genau, was die Lernen, die Maschinen. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, es gab eine künstliche Intelligenz, die konnte supergut Fische erkennen, zum Beispiel Schlein. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Schlein sind halt so Trophäenfische, sehr beliebt bei anderen. Und die wurde eben auch mit vielen Fotos trainiert. Und dann haben ForscherInnen herausfinden wollen, okay, wie könnte jetzt die KI diese Schlein erkennen auf den Fotos, wenn man denen Bilder gibt? Und haben dann am Ende herausgefunden, dass es nicht die Fischform war oder die Form der Flossen oder die Farbe der Schuppen, sondern es waren die Finger. Nicht, dass es Fische Finger hätten, aber die Angler, die die Fische hochgehalten haben in den Fotos, die waren immer sehr präsent. Und daran hat sich die KI orientiert. Die wusste also, okay, wenn da so Finger sind an einem Fisch, dann scheint es eine Schleie zu sein. Das ist natürlich krass, wenn man das dann irgendwie zu medizinischen Themen bringt. Und wie kann man sicherstellen, welche Daten müssen da gelernt und beigebracht werden, damit das auch zuverlässig ist? Es braucht Daten und vielleicht auch historische Entscheidungen oder Labels, die man an die Daten klebt, damit man auch versteht, wie wir Menschen nachhand dieses Bildes entscheiden würden. Da kommt man schon mal zu das erste Problem, dass nicht alle Ärzte gleich entscheiden. Also das ist nicht so, dass jeder Arzt perfekt ist oder jeder Arzt die gleiche Diagnose gibt. Das heißt, dass wir innerhalb diesem Datenpool ein verhandener Bias oder Verteilung haben an Entscheidungen. Und das macht jetzt das Ganze komplex. Das heißt, wir brauchen nicht nur Daten, wir brauchen extrem viel Kompetenz, um die Daten zu bereinigen und nützbar zu machen für die KI. Und das ist der größte Aufwand für die KI-Trainierung, ist die Datenaufbereitung. Ich muss noch mit diesen Captures denken. Bitte klicke die Bilder an, wo ein Zebrastreifen ist. Du trainierst die Autos. Ja. Herr Joscher. Ja, es kommen einige Fragen im Chat. Also ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass wir die nicht alle beantworten können. Aber die eine jetzt, die macht, glaube ich, so ein bisschen, könnte jetzt die Runde machen, die Frage, es sind KI-Algorithmen beziehungsweise Modelle patentierbar. Was spricht für Schutzrechte, was für Open Source, ethisch, aber auch monetär betrachtet. Und mir wird vorgeworfen, ich mache das große Fass auf. Ich glaube, mein Publikum schaut zu. Das ist eine gute Frage. Da kommen wir vielleicht gleich zu, weil es nimmt so ein bisschen vorweg, was ich eigentlich gerade noch fragen wollte, weil wir über Daten sprachen. Wie kommt man denn an die Daten? Das ist vielleicht eine gute Frage und dann klären wir das mit den Algorithmen. Also wie kriegt man die Daten zu den Firmen, die dann Algorithmen basteln, um da Computerprogramme daraus herzustellen? Wir arbeiten mit Daten aus Maschinen, also zum Beispiel, die in der Steuerung erhoben werden, die in der Edge zusammenlaufen, die in unterschiedlichen Databases bei den Kunden liegen, also zum Beispiel in SAP vorliegen, in Excel vorliegen und dann bilden wir Schnittstellen zu diesen Daten. Kannst du kurz konkret sagen, was es für Daten sind? Ist es, wie fest eine Stanze auf irgendein Material haut oder was genau sind das für Daten? Oh, das können je nach Anwendungsfall ganz unterschiedliche Daten sein. Das können Temperaturdaten sein, die erfasst werden. Die Zeit, wie lange etwas verarbeitet wurde, wird normalerweise erfasst, wie viel Energie in einen Prozess geflossen ist, aber zum Beispiel auch, wie wird am Ende die Produktqualität beurteilt. Das ist auch ein ganz wichtiger Parameter, der erfasst wird. Und einige von diesen Daten liegen bereits heute vor, andere müssen zusätzlich erfasst werden, wie zum Beispiel häufig die Qualität. Das wird nicht überall erfasst. Also manchmal, ja, wird Qualität tatsächlich kontinuierlich erfasst, aber dann häufig nicht im gleichen System. Von daher müssen wir aus unterschiedlichen Systemen diese Daten zusammenführen. Und ja, im maschinellen Bereich gibt es da einige Schnittstellen, die bereits existieren und andere müssen wir uns schaffen. Ja, tatsächlich, aber... Wer hat da die Urheberschaft? Also wer ist dann sozusagen, wem gehören die Daten da? Also sind es die Firmen, die die Daten generiert haben? Oder sind es die Firmen, die die Daten verarbeitet haben? Was ist der Stand da? Das ist jetzt die Frage, ob, also wie genau deine Frage gemeint ist, ob sie rechtlich gemeint ist. Ich würde jetzt, in unserem Universum ist es so, dass da, wo die Daten erzeugt werden, die die Dateneigentümer schafft, der Dateneigentümer sitzt. Und diese Daten entsprechend nutzen kann. Ansonsten gibt es teilweise, ja, rechtliche Vereinbarungen zwischen unterschiedlichen Parteien, die sich dann zum Beispiel, ja, gegenseitigen Nutzen zusprechen. Das ist auch möglich. Also im Bereich Industrie 4.0, um da ein bisschen konkreter zu werden, gibt es ja zum Beispiel Maschinenhersteller, wenn die Maschine bei einem Anwender steht, der sich um den Service, die Wartung dieser Maschine kümmert. Und der dann auf gewisse Daten Zugriff haben möchte, um schon mal vorausschauend sagen zu können, in zwei Wochen, es gibt komische Vibrationen in der Maschine, werden wir jemanden vorbeischicken, damit etwas präventiv behoben wird, was ansonsten zu einem Produktionsausfall führen könnte. Aber die Daten, wenn sie in dieser Produktionsstätte erhoben werden, gehören dem Anwender in dem Moment. Bart, du beschäftigst dich viel mit Open Source. Es tut mir leid, das ist jetzt immer zwischen euch beiden hin und her, aber das passt gerade so gut. Wenn jetzt ein Algorithmus programmiert wird, mit zum Beispiel Open Source Daten, um die Frage von Aljoscha wieder aufzugreifen, wo liegt dann sozusagen, wie sind da die Besitzrechte verteilt? Wer ist der Urheber? Wer hat das Urheberrecht an so einem Algorithmus? Wie kann man das schützen lassen? Es ist komplexer. Also Open Source, es gibt Open Source Datenbanken, es gibt keine Open Source Daten. Also das ist dann noch mal zu trennen. Und das hängt auch davon ab, über was für Daten man spricht. Also es gibt ja jetzt gerade hochaktiviert so eine Diskussion, wo Leute Daten aus das Internet gescrept haben. Das heißt, man hat Bots oder kleine Mini-Robots, die im Internet herumlaufen und dann die Daten überall holen und daraus eine neue Datenbank generieren. Da gab es ja sehr viele Künstler, die sich auf einmal rebelliert haben, weil sie gesagt haben, da ist jetzt eine KI generiert worden, die auf einmal wie Dali neu malen kann. Und vielleicht kurz erklären, das Google Imagine und Stable Diffusion und diese ganzen Dali 2. Ja, und Dali 2, das ist ein großes KI-Modell, wo ich Text eingeben kann und quasi die KI dann aus diesem Text ein Bild träumt. Was toll ist. Das ist extrem toll. Nur die Daten, die man dafür genützt hat, waren zum Teil Abbildungen von Kunstwerken sozusagen. Aber in der UK zum Beispiel, in Europa ist es nicht so erlaubt, aber in der UK, in der USA, darf man Daten vom Internet scrapen. Das heißt, die juristische Lage ist schon mal nicht global gleich. Und das führt zu heftigen Diskussionen jetzt, wer dann überhaupt die Rechte hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Hip-Hop früher, wo man dann so ein kleines Sample genommen hat von meinem Musikstuk und dann gesagt hat, hey, das ist jetzt meine Musik. Und da gab es auch sehr viele Diskussionen, aber einfach Dimensionen komplexer. Ich glaube, so ein Album wie Paul's Boutique von Beastie Boys, der er heutzutage gar nicht mehr wird. Das ist nebenbei für den Auftrag. Und jetzt gibt es dann in die Medizin jetzt zum Beispiel, gibt es dann natürlich, ist der Patient, muss sein Consent, also muss seine Genehmigung geben, wofür die Daten, für welchen Zweck, die sind dann immer zwecksgebunden, freigegeben werden. Also das heißt, der Patient ist eigentlich der Meister über die Bestimmung der Daten. Nur hat er keine Daten. Die Daten liegen dann im Krankenhaus oder in einem digitalen Dienstleistungssteller, die dann Daten sammelt. Und das ist ja schon das Hauptproblem, was daran entstehen, ist, dass wir überall Sylus haben von Daten, die dann zu quasi Machtzentren werden, weil Daten sind dann quasi eine Macht. Und dass die Daten dann nicht fließen. Und das heißt, um an Daten daran zu kommen, also wir sprechen über Entrepreneurship, ist es immer schwieriger und schwieriger. Also es gab letztes Jahr von PricewaterhouseCoopers in einer Studie, dass zwei Drittel der Startups in Deutschland Mühe haben, an Daten daran zu kommen, einmal, wenn sie ausgegründet sind aus der Uni. Das ist ja doch logisch, weil wie mehr wir den Wert von Daten in Vordergrund stellen, wie weniger andere die Daten zur Verfügung stellen werden. Sind das auch Probleme, mit denen du ganz viel zu tun hast, wenn du jetzt zum Beispiel Startups begleitest? Ja, absolut. Also es gibt, glaube ich, sehr vielen so wie euch, Anne, dass sie quasi mit Unternehmen zusammenarbeiten und so an Maschinendaten eher interessiert sind. Sobald es halt um persönliche Daten geht, wird es schwieriger. Aber ich glaube, was wir hier in der Diskussion schon ganz schön hatten, ist, es zeigt ganz gut, wie stark die Datenqualität von der eigentlichen Qualität an der KI abhängt. Also du hattest Dali zum Beispiel als Beispiel gebracht und ich hatte, bevor ich hierher gekommen bin, erst nochmal ein tolles Kunstwerk auch von Dali gesehen. Wir hatten das Beispiel der Schleie, die quasi so hochgehalten wird. Wenn man zum Beispiel Dali textmäßig fragt, dass sie ein Bild oder eine Fotografie zeichnen soll von einem Lachs, der quasi den Deich runterspringt, dann bekommt man ein Lachsfilet, weil so ist unsere kulturelle Norm, dass quasi wenn man das Internet strapt nach einem Lachs, dann bekommt man halt ein Lachsfilet. Das ist was uns... Das tut Dali auch maler. Das passt ja zu Dali. Also was ganz anderes, was man eigentlich erwarten würde. Deswegen ist es ganz interessant, wo die Datenquellen quasi herkommen und wie kulturell die auch teilweise schon genormt sind und wie stark die Qualität quasi davon abhängt, was man dann letztlich auch in der Version bekommt. Und vielleicht noch ein Stichpunkt zum Thema Urheberrecht, weil wir hatten da ein ganz interessantes Experiment auch gewagt von auch einem Künstler oder zwei Künstlern bei uns im Verband, die Kunst machen mithilfe von KI. Und die haben, wie das eben Musiker auch oft oder Musikerinnen machen, bei der GEMA ihr Kunstwerk angemeldet. Und dann fragt die GEMA, wann ist denn der Musiker geboren? Ja, 26.10.2022. Ja, da muss doch irgendwas nicht stimmen. Also das geht ja gar nicht vom Geburtsdatum, das ja auch erst heute geboren ist. Ja, wer ist denn der Musiker? Also deswegen, Urheberrecht stellt es natürlich gerade im kreativen Bereich vor ganz neue Herausforderungen. So kann eine KI überhaupt kreativ sein? Und das sind auf jeden Fall ganz, ganz spannende Fragen. Aber vielleicht nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückgekommen bezüglich Daten ist, wir sehen halt gerade im Bereich Unternehmertum einen sehr, sehr starken Fokus auf Maschinendaten, weil die sind einfach leichter zu bekommen. Und gerade in der Europäischen Union sind natürlich Vorhaben wie das Eurige, was quasi sehr kompliziert ist, an Daten zu kommen, leider momentan sehr stark in der Minderheit. Es gibt einfach sehr wenige Unternehmen, die sich rausbilden in Bereiche, die sehr regulatorisch betroffen sind. Maschinendaten sind wahrscheinlich deshalb auch ganz dankbar, weil die schon sehr genau definiert sind, oder? Also du weißt, dass mit Temperatur und das ist ein Gewicht, das ist nicht so etwas Vages wie ein Lachsfilet, was einen dann unterstimmt. Man kann auch Daten generieren oder synthetisieren. Das ist ja der neue Trend. Und um ein Beispiel zu geben, Tesla hat ja seine KI für autonomes Fahren mit Kameras aufgebaut, also die verwendet ja kein LIDAR, also laserbasierter Ort. Und um an Bilder daran zu kommen, haben die einen riesen Supercomputer gebaut, die alle Art von Situationen einfach generiert. und dann zum Beispiel ein Elefant, die auf die Straße läuft, was es niemals geben würde, aber in dieser Situation werden alle möglichen Kombinationen, die es mal geben könnte, simuliert, damit die KI an die Daten rankommt, um trainiert zu werden. Und die bekommen so viel mehr Daten, als eigentlich real aus die Autos abgezogen werden können. Also neue Trend. Total interessant. Nochmal zurück auf die Frage aus dem Chat. Die Algorithmen, die lassen sich aber nicht patentieren oder schützen. Oder sind da die Firmen doch sehr davor? Wie sieht es bei den Startups aus? Ja, das ist in Deutschland oder in Europa im Generellen noch nicht so ein großer Trend. Die Amerikaner machen das deutlich mehr, auch deswegen, weil man dann schon im Patentierungsprozess auf viel Interesse stößt, bei den Finanzträgern zum Beispiel, also bei den, wie es hieß, den Risikokapitalgebern. Aber es wird momentan noch sehr wenig gemacht im unternehmerischen Kontext. Auch deswegen, weil man glaubt, dass man, wir haben ja so ein Mindset, von wegen nur Produkte können zertifiziert oder beziehungsweise auch patentiert werden. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir sicherlich heute Abend noch losstoßen könnten. Sehr sicherlich förderlich. Muss sich noch einiges auch ändern. Gibt es noch Fragen? Also eine, die vielleicht noch dazu passte, die DSGVO, ja, ist es für die Unternehmen eher ein Wettbewerbsnachteil oder ist es eher ein Vorteil? Das wäre vielleicht eine Frage. Dann haben wir ein paar Fragen, die gehen wirklich, was sind die Trends? Wie geht man damit um, dass KI ein kleiner Fehler, sagen wir mal, zu sehr viel Diskriminierung führen kann? Wer übernimmt die Verantwortung? Alles sehr, sehr große Fragen, zu denen man vielleicht dann heute nicht mehr kommen kann. Aber auch konkrete Fragen. Was kann man tun, um Unternehmen zu helfen, KI anzunehmen? Also das Gefühl ist, das wird noch nicht sehr gerne angenommen. Was sind denn für Tipps für Unternehmen? Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil es geht ja heute um Unternehmentum. Und da ist vielleicht das genau die richtige Richtung. Die anderen Fragen sind auch super spannend, super interessant. Aber ich glaube, gerade in unserem Kontext ist, das ist eine wichtige Frage. Wie kriegt man Unternehmen dazu, nicht nur KI zu entwickeln, wenn es Startups machen, sondern KI auch zu benutzen? Und was für Möglichkeiten gibt es da? Und hilft das immer? Oder ist das auch manchmal problembehaftet, wenn man zum Beispiel KI im Einstellungsprozess benutzen möchte und plötzlich nicht mehr so eine diverse Belegschaft hat, wie vielleicht vorher? Gibt es da Erfahrungswerte bei euch? Wie kriegt man KI in Unternehmen? Ja, also man kann KI ja als Produkt anwenden, als Unternehmen, das ist vielleicht dann schon die Kür sozusagen. Die Pflicht ist vielleicht eher, KI einfach anzuwenden, um einfache Prozesse zu verbessern im Unternehmen. Und da sehen wir auch zum Beispiel im Ideenmanagement, betriebliches Vorschlagswesen gibt es seit 120, 130 Jahren. Und da gibt es eine riesen Datenbank an Ideen. Und immer wieder, wenn neue Ideen eingegeben und dann schaut irgendeiner manuell nach im Schrank, ach, gab es das nicht schon? Und da könnte man natürlich auch so KI-Tools bauen oder verwenden, die einfach die Ideen-Datenbank bei der Eingabe der Idee schon untersuchen. Also gab es so eine Idee schon mal, wer hat die gehabt? Wurde die umgesetzt? Wurde die nicht umgesetzt? Also da kann man wahrscheinlich auch einen relativ einfachen Mehrwert auch schaffen mit solchen Anwendungen. Also man muss nicht gleich sozusagen das große Fass aufmachen, was sicherlich hochspannend ist für die Unternehmen, sondern vielleicht auch mit so kleinen kleineren Anwendungen auch anfangen, um einfach Prozesse zu digitalisieren, Prozesse zu verbessern. Und da eignet es sich natürlich sehr gut, mit Startups zusammenzuarbeiten, die solche Themen typischerweise treiben, die eben aus dem technischen Bereich auch kommen. Die Praktisch als Service das mehr oder weniger anbieten können. Genau. Das ist die nächste Frage. Wer nutzt denn dann eigentlich KI in den Unternehmen? Weil so Datenbanken müssen ja gepflegt werden. Wenn die Daten nicht ordentlich in der Datenbank drin sind, dann bringt mir wahrscheinlich die beste KI nichts, weil die da auch keinen Sinn draus sehen kann. Also wer hilft einem Unternehmen, dass die KI da auch benutzt wird und nicht nur gekauft wird und dann rumliegt und vor sich hin staubt. Das ist eine sehr große Frage. Okay. Das ist nicht das hier so knapp. Hast du da kommentiert, Sobert? Ich glaube, es ist alles mit der Wert zu tun. Also wenn etwas wertvoll ist, wird das schon sehr wohl angewendet. Und so ein Beispiel aus der Versicherungsbranche ist das Bearbeiten von Insurance Claims, also Anträge. Das sind Text, hochkomplexe Texte, die kann die KI verstehen, kann dadurch das besser klassifizieren. Kundenanfrage, Kundenbeschwerde, Beschwerdemanagement. Also da gibt es schon sehr viele einfache Prozesse, die man beschleunigen kann. Weil wenn man jetzt mal schaut, bestimmte Unternehmungen haben einen Backlog von Kundenbeschwerden von sechs Monaten, weil sie das Personal nicht finden. Und da anzufangen, dann glaube ich, ich würde keiner mehr sich überlegen, das nehmen wir jetzt wieder weg, weil wenn ich dadurch diesen Backlog, also das Rückstelliger, aufarbeiten kann, durch die Automatisierung, dann ist das nicht so ganz schwierig zu überstehen, was der Wert davon ist. Kauft man sowas von der Stange oder muss man das immer selbst entwickeln? Also man kann die Core-Technologie von der Stange kaufen. Es gibt ja auch Startups, die auch in diesem Insurance-Claim-Bereich bleiben. Es gibt ja in Berlin so ein Startup, die sehr stark unterwegs sind, das sich nur spezialisiert auf diesem Prozess und dementsprechend eine sehr gute KI anbietet, die hoch performant ist und bei aller Versicherung fast eingeführt wird. Es gibt auch andere, die sagen, das ist mir zu heikel, das auszuwarsen in einem Startup und dann versuche ich auch die eigenen Daten mit dann Technologie von der Stange, die gibt es auch, dann selbst anfangen, die KI zu trainieren. Ich glaube, die Frage ist auch, es muss ein Need da sein, also ein Pain-Point auf Neudeutsch, also da muss wirklich was richtig wehtun und dann, dass man eben sich nach einem Anbieter dann auch umschaut. Ich habe heute gelesen, in Stuttgart ein Gericht, das setzt jetzt auch eine KI-Software ein, weil die so viele Klagen haben bei diesem Diesel-Thema. Das sind 10.000 oder über 10.000 Klagen, das ist einfach nicht mehr handhabbar. Das heißt, da sagt man jetzt, okay, ich brauche irgendjemanden, der mir da helfen kann und da können eben solche künstlichen Intelligenzsysteme tatsächlich, glaube ich, auch Mehrwert bieten. Der Haken, glaube ich, ist generell, warum das nicht so angenommen wird, ist diese Intransferenz von dem System, weil das halt doch am Ende des Tages eine Blackbox ist für den Anwender. Ja, du gibst viele Daten rein, drückst einen Knopf und hinten kommt dann irgendwas raus und dann ist die Frage, was passiert dazwischen? Also da, glaube ich, muss auch sehr viel Vertrauen da sein zwischen dem Anwender und dem Anbieter, dass die Daten gut behandelt werden sozusagen, dass sie nicht abhanden kommen, aber auch gleichzeitig, dass man weiß, was passiert denn da eigentlich? Idealerweise versteht das der Anbieter dann noch, was da drin passiert, aber die Idee ist ja auch, dass die Systeme immer besser werden und sich weiterentwickeln. Und da ist natürlich so ein bisschen die Krux drin, umso besser die Systeme werden, umso schwieriger wird es wahrscheinlich auch nachzuvollziehen, was genau passiert da eigentlich. Aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich glaube, ein weiterer Knackpunkt, den ich sehe, ist, dass man hat es, glaube ich, an unserer Diskussion auch sehr gut gesehen, ganz viele Leute setzen sich mit KI als Begrifflichkeit auseinander, aber wissen immer noch nicht, was Anwendungsfälle für ihr Unternehmen dafür ist. Und ich glaube, ein guter Ansatzpunkt, das hat man vielleicht hier jetzt auch schon rausgehört, ist da, wo viele Daten anfallen und dort, wo man das Gefühl hat, man kann quasi Prozesse effizienter gestalten, weil quasi zum Beispiel sehr viele Redundanzen anfallen. Also man davon immer wieder wiederholt und jeden Tag das Gleiche, da kommt KI halt recht gut zum Spiel. Und dementsprechend, ich glaube, dort anzufangen, wo quasi viele Daten auch anfallen und sich dann auch natürlich, das ist die Kür, darüber hinaus nochmal zu überlegen, wo kann man nochmal Daten generieren, wo man vielleicht nochmal neue Produktpaletten auch öffnen kann und neue Produkte entwickeln kann. Das ist natürlich dann noch so on top, aber ich glaube, erstmal Ausgangspunkt ist quasi dort, wo viele Daten anfallen, da kann KI meistens auch helfen. Du wolltest noch was sagen, Anna. Ja, wir haben häufig die Diskussion, das haben wir auch schon hier anfangs gehabt, KI, um Gottes Willen, also tatsächlich hat KI ihren Platz, auch in Unternehmen, also im Bereich Fachkräftemangel zum Beispiel, unterstützend wirklich auch neuen Kräften zu helfen, in den Job zu finden. Solche Aspekte, da ja wirklich auch mal an neue Technologien zu denken, aber da ist auch wirklich wichtig, dass der Mensch sich nach wie vor ins Zentrum gestellt fühlt. Und das ist auch wichtig, dass das vermittelt werden kann. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil oft könnte ich mir vorstellen, dass KI oder Computer Entscheidungen als unumstößlich angesehen werden. Dabei müssten die ja auch immer hinterfragt werden. Und es muss immer der Mensch im Grunde letztentscheidend sein, damit er auch vielleicht Fehlentscheidungen oder Fehlerkennungen auch ausgleichen kann, oder? Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung dabei. Und es müssen ja nicht nur interne Daten sein, es können auch externe Daten sein. Zum Beispiel ist es doch hochinteressant über Social Media, was wird über mein Unternehmen geschrieben? Da kann man natürlich jetzt Menschen hinsetzen, die stundenlang irgendwelche Twitter, Facebook und so weiter Daten auswerten, aber da gibt es natürlich tolle KI-Systeme, die das clustern können, die Trends voraussagen können. Und wenn man heutzutage in modernen Zeitungen kommt, da war ich ganz überrascht, wenn man reinkommt, dann in einen Newsraum, wo eben genau diese Auswertungen alle laufen, damit die wissen, in welche Richtung bestimmte Themen gehen. Und dann wird es auch wieder greifbar, wo der Mehrwert auch liegt. Ja, viele Diskussionen ranken auch darum, wie man die Datenqualität sichert. Braucht man ein Governance Board? Was tun wir, wenn die KI falsch liegt? Die Frage auch, hilft vielleicht der EU-AI-Act? Auch ist der in der Praxis angekommen? Kann der sozusagen helfen, hier auch dieses Vertrauen zu schaffen, was vielleicht nicht da ist? Dann aber auch mal nochmal Fragen in eine andere Richtung. Gibt es finanzielle Hilfen für KI-Unternehmer und Unternehmer in Deutschland? Das ist eine sehr konkrete Frage. Und auf der anderen Seite nochmal die Frage, wie sollen eigentlich Universitäten oder Hochschulen, die zukünftige Generation auf diesen Wandel vorbereiten? Das ist eine gute Frage. Schafft es die Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu stellen mit dem EU-AI-Act? Oder ist das für die Praxis überhaupt nicht richtig? Ich bin nämlich gleich anders. Ja, also ich meine, der AI-Act ist noch nicht abgeschlossen. Momentan, um es vielleicht runterzubrechen, ist unsere Sorge, dass zwar ist die Ambition, dahinter mehr Vertrauen zu schaffen, aber es trifft sehr, sehr viele Anwendungen, die einfach nicht High-Risk sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir es trotzdem schaffen, hier in Europa Innovation zu erzeugen. Entschuldigung, kannst du mir kurz sagen, was High-Risk anwenden ist? Also beispielsweise, einige haben wir schon genannt oder einige hast du gebracht vorhin, auch zum Beispiel eine KI in HR-Verfahren oder KI in Kreditverfahren, also wo quasi wirklich auch eine große Verzerrung auftreten kann, weil eine KI darüber bestimmt, ob jetzt ein Mensch zum Beispiel oder eine Frau in eine Chefposition eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch oder nicht. Und wir, das quasi basierend auf Daten, die menschgemacht sind, natürlich, weil die KI letztlich ist natürlich neutral in ihrer Entscheidung, aber basiert natürlich diese Entscheidungen auf der Basis von Jahrhunderten, oder nicht Jahrhundert, aber halt jahrzehntelangen Entscheidungsverfahren. Und dementsprechend ist natürlich eine Verzerrung drin und diese Verzerrung muss natürlich ausgeglichen werden. Also das sind halt Fälle, wo die europäische Gesellschaft sich sagt, sagt, das möchten wir nicht oder da möchten wir besonders vorsichtig sein und das nochmal besonders gewählt prüfen, um sicherzustellen, dass hier keine Verzerrungen auftreten, die vielleicht für unsere Gesellschaft gar nicht gewünscht sind. Social Scoring ist auch ein klassisches Beispiel, was da drunter fällt, wie wir das aus China zum Beispiel sehen, wo die europäische Gesellschaft für sich gesagt hat, was möchten wir hier in Europa nicht. Deswegen wollen wir das von vornherein verbieten. Wir wollen uns also für unsere KI quasi Regeln setzen, damit wir einfach vertrauensvoller umgehen können mit der Technologie. Also die Ambition dahinter ist absolut richtig. Ich glaube, dann ist es quasi immer für Unternehmen die Frage, wie konkret ist das eigentlich, was hier steht? Ist das quasi juristischer Text, den wir selbst interpretieren müssen, wo jetzt eine große juristische Abteilung von einem Konzern natürlich viel leichter sagen können, ich setze meine 20 Juristinnen, Juristen dran, die finden da schon ihre Grauzonen. Ein Startup zum Beispiel, Stichwort Entrepreneur quasi, ist da natürlich deutlich mehr aufgeschmissen. Die müssen einfach sehr viel Geld da rein investieren, sich juristische Hilfe zu suchen und wenn es dann vielleicht mal zu einem Klageverfahren kommt, dann sind die natürlich insolvenzgefährdet auch gleich. Deswegen ist für uns jetzt als Verband auch natürlich sehr wichtig, da nochmal zu schauen, wie können wir das möglichst scharf formulieren, sodass für alle Unternehmen klar ist, falle ich drunter, falle ich nicht und wir eben nur die Bereiche treffen, wo wir sagen, das wollen wir gesellschaftlich nicht. Da höre ich aber auch raus, die Expertise, die man in einem Unternehmen braucht, die ist nicht nur sozusagen Computertechnologie, sondern auch ganz viele andere Sachen, oder? Da kommen wirklich so viele unterschiedliche Bereiche zusammen. Die größte Herausforderung, die wir immer haben, ist, dass wir eine gemeinsame Sprache finden, weil es wirklich sehr, sehr interdisziplinär ist und auch total Spaß macht, in so diversen Gruppen zu arbeiten, aber wir müssen halt auch eine Art und Weise finden, ja, uns zu verständigen und da gehören alle Bereiche dazu. Ich habe da vor zwei Wochen ein ganz tolles Zitat auf einer Bühne gehört, ja, Digitalisierung ist keine IT-Einführung, also es ist wirklich, ja, es ist ein kultureller Wandel und da gehört viel mehr dazu als nur diese technische Expertise. Wir haben eben über die Menschen geredet, die mitgenommen werden wollen, die rechtlichen Herausforderungen, die sozialen Folgen, die auch dabei sein können. Also tatsächlich sind alle involviert und, ja, alle müssen mehr Zugang zu diesem Thema auch bekommen. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viel Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung, oder? Ja, und nicht nur Technologie, aber auch juristischer, weil wir waren ja noch immer bei diesem KI-Act oder AI-Act, wo ich noch einen Kommentar gebe, weil die Datenschutzverordnung, die europäische, die hat zwar uns geschützt, aber es hat nicht die Machtverhältnisse zwischen großen Player und kleinen Player verändert, was eigentlich das Ziel war. Und ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, wenn wir diese Regulatoren aufbauen, dass wir nicht uns wieder in Brüssel selbst verherrlichen und zelebrieren, was für ein toller Erfolg das ist, weil wir die großen Unternehmen jetzt eine 7 Milliarden Klage gewonnen haben und das Geld fließt dort, während alle anderen trotzdem wenige Chancen haben, weil die Regulatoren so ist. Gleichzeitig ist KI ein unglaublich mächtiges Tool und könnte auch Konsequenzen haben, wenn es nicht reguliert ist. Und das sieht man schon bei Social Media Recommendation-Algorithmen, die gesamte Gesellschaft beeinflussen. Manchmal positiv, jetzt in Iran, die junge Frau, die wahrscheinlich zu 60 Prozent durch Algorithmen gesteuert würden auf TikTok, rebellieren jetzt in ihrer realen Welt. Das hat positive Effekte, aber es kann genauso gut umgekehrt negative Effekte haben. Dann ist die Frage, wie regulieren wir so ein mächtiges Tool, wenn laut Elon Musk auf Twitter 20 Prozent Chatbots verhandelt sind, die überhaupt nicht vom Menschen gestreut sind, jetzt schon vom KI Meinungen beeinflussen. Dann ist das etwas, was reguliert gehört, weil sonst könnte das die Gesellschaft rapide verändern. Und dann ist das auch ein Hochrisiko. Dann ist sogar ein Chatbot angeschlossen mit Twitter ein Hochrisiko KI, wenn es skaliert. Ich kann mir das total schwer vorstellen, dass es bei den EntscheidungsträgerInnen in Brüssel die Kompetenz gibt, das alles auch so zu erkennen. Das heißt, also ich möchte jetzt keinem auf den Schlitz treten, aber das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und dann gibt es nochmal die Teams, die nicht miteinander reden, weil es gibt ja auch noch den Data Act, es gibt den Data Market Act, den Data Service Act, den Data Governance Act und die fünf Teams, die arbeiten parallel voneinander und sprechen miteinander. Oder es kursieren halt, also das merkt man durchaus, es kursieren dann solche Beispiele, wie jetzt rund um den Chatbot und dann gelangt halt Chatbot im Generellen auf die Liste, weil man halt dieses Beispiel hat, aber gar nicht sieht, dass Chatbot als Technologie natürlich in ganz vielen Bereichen eingesetzt wird, wo wir sagen, da wollen wir das auch nutzen als Nutzerinnen und Nutzer und das wollen wir nicht verbieten. Ja. Um nochmal auf den KI-Campus zurückzukommen, denkt ihr, dass so eine Initiative auch helfen kann, das Verständnis für KI zu vergrößern auf die Kompetenz? Es gibt ja diese Micro-Degrees, die propagiert werden. Kann das helfen? Wie seht ihr das? Auf keinen Fall. Nein, natürlich hilft es. Es ist eine super Initiative, dessen werden wir heute wahrscheinlich auch nicht hier. Aber ich glaube, um den Punkt nochmal aufzugreifen, auch mit diesen interdisziplinären Arbeiten, ist natürlich eine große Herausforderung, das auch im Studienbetrieb zu machen. Der BWLer trifft den BWLer, der Informatiker, den Informatiker. Dass man diese Teams auch mischt, ist ja über die Studienprogramme eigentlich typischerweise nicht vorgesehen. Und ich glaube, da müssen wir an den Hochschulen und Universitäten auch noch aufholen. Ich versuche das, wo es geht, schon zu tun, aber das ist auch sehr, sehr aufwendig. Und nur, wenn man die Leute auch zusammenbringt, funktioniert das dann später auch, weil da, glaube ich, liegt ein großes Missverständnis bei einem Startup-Thema zu KI. Also viele sagen, ach, ich möchte ein KI-Startup, das ist wie Microsoft. Ich programmiere ein Office und dann verkaufe ich das und es wird 100.000 Millionen mal runtergeladen und dann bin ich ganz reich. Und die KI-Startups, die wir sehen, die funktionieren meistens nicht so, weil man eben sehr stark in die Entwicklung erst mal gehen muss. Es ist sehr aufwendig, die Daten zu pflegen und es ist sehr projektlastig. Also am Ende des Tages ist es wie eine Unternehmensberatung eigentlich, weil das sehr projektspezifische Fälle sind. Und wenn ich dann ein Team habe mit drei Informatikern, die haben super die ganze Technologie im Griff, aber eben nicht, wie schreibe ich eine Rechnung, wie wicke ich ein Projekt ab. Und das sind auch Sachen, an was solche Teams auch durchaus scheitern können. Also da geht es dann auch um dieses Matchmaking of knowledge, sozusagen die Teams richtig zusammenzubringen und da gibt es auch Fördermittel dazu. Also vom BMBF gibt es das Exist Gründerstipendium, Forschungstransfer, die kleine Werbetromation gibt es in ganz Deutschland an jeder Institution. Da gibt es Berater, die dabei unterstützen und da kann man beim Forschungstransfer auch bis zu einer halben Million Euro da bekommen. Also da kann man dann schon ein bisschen was auch machen, was einem auch weiterhilft in den Prozessrichtung Startup ohne gleich zu gründen. Weil da ist natürlich oft da ein großer Weg dazwischen, von der Grundlagenforschung bis hin zum Markt. Aber guter Hinweis, auch für alle, die zugucken. Genau, das war die Frage, deswegen wollte ich das noch kurz mitgeben. Genau. Ja, aber Weiterbildung ist tatsächlich essentiell und dass wir alle Zugang zu Informationen haben und uns ja quasi selbst in dieses Thema auch einarbeiten können. Denn eins muss ich sagen, ich bin ja von der Industrie in ein Startup gewechselt und wir sind auch sehr Tech-dominiert. ich bin von da vom Wasserfallsystem quasi, wo große Projekte in der Industrie so gemanagt werden, in das agile System gelandet. Entschuldigung, ich bin da nicht in der Tat unbedarf. Was ist das Wasserfallsystem? Also es ist, wenn man ein dreijähriges Projekt hat, dann plant man das direkt am Anfang alles durch, wie das alles zu laufen hat und agil, ja, bedeutet halt, was das Wort schon suggeriert, dass man tatsächlich viel mehr auf die Gegebenheiten eingeht. und ajustiert zwischendurch. Das passiert im Wasserfallsystem natürlich auch, aber anfänglich wird da viel durchgeplant. Und was mich total begeistert in der Industrie, ist einfach dieses sich kontinuierlich weiterbilden und mehr Wissen zu konsumieren und dann auch zu verarbeiten und zu verwerten. Das ist ganz, ganz wichtig und es ist toll, dass wir Zugang zu diesem Wissen haben. Also in meiner Generation, ich bin noch mit Ataris ganz am Anfang aufgewachsen, ein bisschen was über mein Alter, da war das noch nicht so, dass man, ja, eigentlich auf der Handfläche Zugang zu Wissen hatte und das ist ganz toll, sowas nutzen zu können. Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, Anne, ich finde, dein Werdegang ist auch sehr, sehr sinnbildlich dafür, wie Weiterbildung eigentlich helfen sollte, indem ich das Buch quasi aus deinem Industriebereich gemerkt habe, hier gibt es einen riesen Anwendungsfall, hier gibt es eine Marktlücke, ich gründe daraus und ein Startup. Sowas gibt es leider viel zu wenig und wir brauchen halt gerade Leute auch in der etablierten Industrie, die quasi für sich erkennen, auch wenn es Ingenieure und Ingenieurinnen sind oder wie du jetzt quasi ein Politik-BWL-Background haben, die trotzdem erkennen, den Mehrwert, den KI hat und dafür vielleicht nicht die Richtigen sind, die die Technologie dann gleich entwickeln. Dafür gibt es dann auch von der Stange, hattest du als Zitat quasi gesagt, auch genug Produkte, die quasi helfen oder Unternehmen, die helfen, aber die zumindest erkennen, hey, hier ist ein Riesenpotenzial, was brach liegt, da wollen wir rein, hier wollen wir KI anwenden, das würde uns riesig weiterhelfen, aber dafür braucht es halt erstmal so ein Bewusstsein dafür, was KI ist und da können Weiterbildungen definitiv helfen. Also KI ist im Grunde auch ein neues Werkzeug in der Toolbox und genau wie bei allen anderen Werkzeugen muss man da auch lernen, die zu benutzen und da gibt es Fehler, dass man sich den Finger abhackt oder eben nicht. Halt ich auch schauen, gibt es noch, was ist ein Chat, so zum Schluss, ja, es gibt ganz schön Hilfe zur Selbsthilfe, also es werden auch Kurse einfach dann im KI-Campus hervorheben, wo man viele der Fragen, die hier gestellt und beantwortet hat, das ist natürlich sehr, sehr gut, dass er erreicht hat, euch hier so ein bisschen das Leben, eine ganz konkrete Frage, die noch kam, wie sieht es denn mit KI-Standards aus, gibt es da welche, helfen da welche, was können wir vielleicht nochmal in die Runde geben, Standards, Programmierschnittstellen, APIs oder, oder, ja, gibt es da Standards oder kocht die da sein eigenes Süppchen? Ich könnte nochmal versuchen, in einem medizinischen Bereich gibt es schon sehr lange Standards, es gibt dann Leitlinien, normal in der Medizin, also nicht digitalisiert und wir sind ja noch in einem sehr frühen Stadium jetzt in der Medizin zu sagen, dieses KI-Modell ist jetzt der Standard für Brustkrebserkennung, ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir da hingehen werden, dass wir zu die Kreation oder Erstellung von KI-Standards, die zertifiziert, aber auch von die Arztgesellschaft, wie ungern das viele höre, ich glaube, die Ärzte werden weiterhin die Domain-Expertise von die KI haben müssen, damit wir Standards kreieren und da sind wir auf dem Weg dahin, da gibt es viele Arbeitsgruppen, viele Bestrebungen und da gibt es auch Qualitätsstandards und DIN und ISO und all die Standardorganisationen arbeiten jetzt an Zertifizierungsstandards oder Qualitätsstandards. Also es gibt da eine, will und viele aber in der Medizin, denke ich auch, dass wir Standards brauchen, der sagt, dies ist das akzeptierte Modell für eine Diagnose. Gibt es auch so, jetzt weg vom technischen Standard, auch so ethische Standards oder sollte es die geben bei KI oder ist das was, was euch, wo ihr sagt, nee, das betrifft uns jetzt gar nicht, weil wir nicht solche Daten benutzen, die irgendwie ethische Konsequenzen haben könnten. Wobei bei Medizindaten ja schon eigentlich. Aber gesellschaftlich, dann versuche ich, aber das Thema Ethik ist natürlich sehr schwierig, weil es gibt ja kein globaler Moral und wenn man in Daten anfängt, bestimmte Standards zu legen, also ich gebe mal ein provokatives Beispiel, wenn ich jetzt Dali, die ein geschlossenes System ist, nicht Open Source ist und da einen Text schreibt, ich gebe mir ein Bild vom Propheten Mohammed, dann kommt ein Text, dass das nicht erzeugbar ist, weil das nicht erlaubt ist, aus einem bestimmten religiösen Kontext dieses Bild zu zeigen. Wenn ich aber zu Stable Diffusion gehe, dann kann ich ihm sogar ein Bier trinken lassen und wird das Bild kreiert. Und jetzt gibt es zwei philosophische Ansätze, dass man die Ethik schon einbaut in die Daten, aber dann sagt man, okay, wer bestimmt das dann eigentlich, dass diese Art von Regulatorik in ein freies Land, wo religiöse Gesetze nicht stehen für diese Freiheit, dass das rein landet und das wird dann schon ganz komplex und ich glaube, sehr viel von die ethischen Diskussionen werde jetzt genützt, um eben gerade richtig einen bestimmten moralischen Wert zu designen und zu skalieren in das Weltbild. Und das hat man gesehen in Frankreich, wo die genderneutrale Sprache abgelehnt wird von das Ministerium, das Bildungsministerium, trotzdem Google Autocorrect über seine Algorithmen diese Sprache einführt. Und das sind dann Widersprüche im Sinne von Ethik, Demokratie und da wird das schon ganz kompliziert. Also das Thema Ethik ist schon wichtig, aber man muss echt aufpassen, dass wir keine globale oder moralische und ethische Werte als in einem anderen Land damit transportieren und wir sollen das eigentlich immer in der lokale soziale, also soziokulturelle Kontext anpassen. Und das heißt, die globalen Standards finde ich schön schwierig. Ja, da kann man ein bisschen skeptisch. Oder stundenlang drüber sprechen. Ich glaube auch, das war jetzt die tollste letzte Frage. Sehr, sehr spannendes Thema mit diesem formellen und informellen Standard sicherlich, also da gibt es ja auch welche, die Sie schon durchsetzen. Ich glaube, aus Unternehmensperspektive gibt es zumindest ein paar so Leitlinien, was man sich ranhangeln kann, weil das natürlich die gesellschaftliche Debatte ist schon eine sehr große und da gibt es auch von der EU übrigens getrieben, das nennt sich Responsible Research and Innovation oder Responsible Innovation, wo man versucht, wie kann ich als Unternehmer mir Prinzipien festschreiben, damit ich zumindest versuche, anfangs meines Produktentwicklungsprozesses Nachhaltigkeit oder ethische Perspektiven zu berücksichtigen. Und ich glaube, das hilft schon mal wieder als Tool oder auf Tool-Ebene, um an den einzelnen Schritten bestimmte Gruppen von außerhalb mit dazuzuholen, um die mit drauf schauen zu lassen, ist denn der Prozess so sinnvoll, ist das Produkt so angepasst, dass es funktioniert, um praktisch diesen ganzen Prozess so ein bisschen abzusichern. So ganz schlussendlich wird das wahrscheinlich nie ethisch einmal frei sein, weil es da einfach zu viele Standards auch gibt. Wenn man sich in der Welt da umschaut, was der eine toll findet, findet der andere fürchterlich und man sieht es ja im Politischen, das ändert sich ja auch über die Zeit in ganz erstaunliche Richtungen und insofern glaube ich, es ist echt schwierig, da Richtung Standards in der Richtung Ethik zu denken. Aber ich glaube, das muss jeder versuchen, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen das anzuabzubilden. Vielen Dank. Wenn ihr euch jetzt noch zum Ende sozusagen etwas wünschen könntet, was die Gesellschaft oder was Startups oder was die Menschen mit Über-KI wissen sollten, was wäre das? Oder was ist so der beste Startpunkt? Was meinst du? Der beste? Ich wollte gerade schon Richtung Offenheit was sagen, weil das würde ich mir wünschen, dass wir quasi offener sind gegenüber neuen Technologien und einfach experimentierfreudig und erst mal uns anschauen, was kommt da auf uns zu und dann unsere Meinung bilden. Ich habe oft das Gefühl, unsere Meinung ist schon gebildet, obwohl wir gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Genau, das definitiv. Ich glaube, der erste Startpunkt, den ich sehen würde für Unternehmen, ist definitiv, dass man sich die Datenlage anschaut und davon ausgeht und sich anschaut, welche Anwendungsfällen sind mit diesen Daten möglich. Wie siehst du das? Ich würde bei Offenheit wieder weitergehen. Ich glaube, wir brauchen auch also manchmal hat man das Gefühl, wenn man Sachen entwickelt in der Firma, dass man das allein machen muss und ich glaube, wir brauchen Offenheit zur Zusammenarbeit. Also wie ihr das macht, ich glaube, dass der Erfolg Europas ein Modell sein könnte, wo wir vielleicht eventuell Open Source oder auf jeden Fall offen durch Zusammenarbeit diese Technologien entwickeln, weil sie dann doch schon sehr viele Ressourcen manchmal brauchen und die Ressourcen am besten funktionieren, wenn man sie teilt. und wenn wir das tun können, mehr Zusammenarbeit, mehr Zusammenkommen, dann habe ich alle gute Chancen zu gewinnen. Jetzt frage ich mich, wie ich auf diesen zwei tollen Stichworten aufsetzen kann, denn sie entsprechen auch sehr dem, was ich mir wünsche. Tatsächlich, ich glaube, das Thema Anpacken finde ich auch sehr wichtig, dass wir teilweise aufgrund der Weltlage im Moment gerne in eine gewisse Victim-Opfer-Rolle verfallen und dass wir das Ganze umdrehen und wirklich auch mal diese Offenheit bringen und sehen, wenn wir das alle zusammen anpacken, wie können wir das dann zu unserem Vorteil drehen? Denn in Krisen können auch viele tolle Dinge geboren werden und ja, diese Einstellung dazu, die wünsche ich mir. Alexander. Ja, jetzt wird es schwierig, nach dem Motto, es wurde schon gesagt, aber nicht von mir, da könnte man alles noch mal wiederholen, aber ich glaube mir, diese Neugierde, die du erwähnt hast und diese Offenheit, sich Dinge einfach erstmal anzuschauen und einfach auf die Fakten zu schauen, also was kann so ein Tool, was kann es nicht, welche Anwendungsfelder machen Sinn, welche machen weniger Sinn und dann einfach faktenbasiert einfach entscheiden und sich vielleicht nicht immer durch eine erste Reaktion emotionaler Art dann abschrecken lassen. Also ich glaube, man muss da immer neu draufstehen und es gibt immer was zu lernen, das hört nie auf. Ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es alles so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibt und nicht so ins, keine Ahnung, wohin gehoben wird und in welche Sphären, sondern dass man einfach sieht, das ist eigentlich nur ein Computerprogramm, was tolle Sachen erkennen kann, aber es ist nichts, nicht der heilige Grad oder so, dass es so ein bisschen bodenständiger bleibt. Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch von mir. Aljoscha, ich habe ich nicht vergessen, ich wollte dir das letzte Wort geben. Ich finde es mit dem Bodenständigen wirklich auch gut, wir reden ja wirklich über diese schwache KI, das sind ja die KI-Systeme, die wir zu unseren Zwecken, mit unseren Zielen trainieren und bauen, das müssen wir immer wieder im Sinn haben, für die ganzen Dinge, die wir immer diskutieren, über Datenschutz und Ethik, das sind ja jetzt keine Showstopper, das soll uns nicht davon abhalten, sondern das sind ja gerade die Dinge, über die wir diskutieren und Lösungen finden und dann unsere europäischen Werte einbauen in die Systeme und die Systeme laufen lassen. Also ich denke auch, das sind alles, das kann man alles lösungsorientiert diskutieren und nicht als Sau durchs Dorf treiben, um nichts zu tun. Danke euch sehr. Ich fand es total interessant. Ich glaube, es wäre unproblematisch, einfach noch drei Stunden weiter zu diskutieren. Vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wieder aufnehmen, den Faden. Danke, dass ihr zugesehen habt und bitte, falls euch das Thema interessiert, vergesst nicht die Seite www.ki-campus.org. Da gibt es unglaublich viel Information und es hilft, den Weg zu bereiten, dass es alles nicht so geheimnisvoll bleibt, sondern dass es etwas greifbarer wird. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, bis bald. Tschüss.